Die Schlacht bei Bosworth Field galt als das Ende der englischen Rosenkriege, tatsächlich aber wurden diese erst mit der Schlacht von Stoke beendet. Am 22. August 1485 stießen hier die Heere von König Richard III. und Heinrich Tudor Earl of Richmond, dem späteren König Heinrich VII., von England aufeinander. Der Kampf endete mit dem Tod Richards III., der als letzter englischer König in einer Schlacht fiel. Die Schlacht wurde dadurch mitentschieden, dass der Earl of Northamberland sich mit seinen Truppen neutral verhielt und Richards Verbündete Lord Thomas Stanley und Sir William Stanley die Seiten wechselten. Heinrich, der als Vertreter der Roten Rose des früheren Hauses Lancaster gelten kann, heiratete die Tochter von König Eduard IV. und somit eine Erbin aus dem Hause York. Die erbitterte Fede zwischen den beiden Adelshäusern war hierdurch zunächst beendet. Dynastisch folgte die bis zum Tod Elisabeth sie, andauernde Herrschaft des Hauses Tudor. Heinrich hatte sich jedoch auch danach gegen Prätendenten zu behaupten, so 1487 gegen Lambert Simnel, der aber die Schlacht von Stoke verlor, wodurch die Rosenkriege endgültig beendet wurden. Sphelm Sphelm Sphelm